So das war Pleasant Park, Bro. Pleasant Park, Leute. Das ist das letzte Mal Pleasant Park, ich werd's vermissen, ey. Überleg mal, die ganze Orte, die ganze Standardorte, die wir kennen, werden heute verändert werden und verloren sein. Bro, überleg mal, Pleasant Park wird einfach bleiben mit Retail Row wieder. Aber ich sag dir ehrlich, ich will, dass die weg sind. Einfach ganze Karte weg, alles weg. Ja, Bro, hast du den Trailer nicht gesehen? Natürlich hab ich den Trailer gesehen. Hast du doch gesehen, dass alles neu weg ist. Natürlich ist alles neu, aber du hast natürlich auch reinzoomen können und alles angeguckt, ne? Natürlich, man hat die komplette Übersicht der Map gesehen. So, Leute, jetzt erstmal wieder. Ich lande hier vorne. Oha, hier sind Bomben, Leute. Ich bin in die Hedge gelandet. Digga, dein Ernst? Kein Ernst, Digga? Keine Ahnung, für mich sah das wie Pleasant Park aus. Digga, bist du... Ey, ich hab Herr Lama hier gefunden. Herr Lama ist wirklich hier. Bro, ist das dein Ernst? Ja, Bro, das interessiert mich nicht. Ja, ich wollte Herr Lama nehmen. Ich komm gleich zu dir. Versuch zu überleben. Geh in Deckung, renn raus. Indeckung, ja. Ich geb dir Metz. Ach komm, halt die Klappe. Jetzt geht das wieder los, Digga. Du bist so ein Idiot, ohne Spaß. Du bist ein Idiot. Ja, super, Roboter, komm. Danke. Danke. Ich rei hier nicht so rum, Junge. Spinner Lama, bin geboren auf dem Land, dann make a cure. Man hört ihn einfach runzen. Genauso wie standen. Bro! Ich hole, ich hole Lami und dann fliege ich sofort zu dir, Digga. Guck dir das an, Digga. Bro, wer wusste denn, dass ich da bin, Alter? Ich weiß es auch nicht. Ich komme ganz schnell. Ich fliege einfach so schnell, es geht rüber. Oh, Moon. Moon, Moon, Moon. Du bleibst stehen, Junge. Bro, wo stehst du hin, Alter? Ja, das ist der Rückschluss, Digga. Bis zu... Ich brauche Moon, Digga. Ich brauche Moon. Ich mache den hier. Ey, was machst du da? Wie gib dir... Ey, Leute, der Typ ist wirklich absolut verloren. Bro, ich habe die Dinger zu spät gesehen. Der Typ ist absolut verloren. Seid mal leise, Digga. Bro, bitte löscht dich einfach. Aber komm einfach, hol mir eine Karte und dann ist gut. Ich hole deine scheiß Karte, Digga. Jetzt Schill. Ey, Leute. Guck mal, wie viele Metz ich habe. Ich habe die Schilltränke echt spät erst gesehen, Digga. Bro, ich sage, wir landen im Plaza Park. Wo fliegst du hin? Holy edges, super. Lami hat mich halt so geil angeguckt, Bro, weißt du? Ich habe doch nicht umsonst Herr Lama geholt. Checkst du überhaupt die Situation, in der wir uns gerade befinden? Erzähl mal, bist du LKW-Fahrer oder bin ich das? Danni? Hallo. Äh, nee, läuft ja, ich habe nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das mache, Leute. Gehen schön den Weg entlang. Gehen schön den Weg entlang. Würdest du noch schafften? Ja, aber ich würde jetzt auch die ganze Zeit auf Skins schwitzen. Mal gucken. Ja, Bro, bisher hast du noch gar nichts geschafft, außer dumm rumfahren und scheiße labern. Ich bin doch schon so schnell unterwegs gewesen, wie es nur ging. Musst ja auch nicht wieder scheiße labern hier, ne? Von der Seite. Semmel, Grüße gehen raus, Alter. Semmel. Du bist auch so ein Semmel. Semmel. Du bist richtig der Semmel, du. Oh, 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 oh. Wow. Fünf Euro haben wir ja wirklich gekillt. Fünf Euro Wetten, ich schaff's. Bro, bisher hast du noch gar nichts geschafft. Bro, das schaffe ich aber jetzt. Was dann? Ja, sind die Jordans Skins jetzt so krass, dass man die unbedingt braucht, Leute? Das ist eher so... Nothing special, sowas sagt ihr. Du hast ja die normalen Versionen schon. Achso, ich hab den schon. Also die normale Version hast du ja. Komm mal her. Achso, das sind nur Skin... Achso. Trink. Ja, dropp mir an Metz und alles. Ja, mach ich. Ich heil uns erst mal. Bro, warte doch! Ich hab mehr. Ey, Bro. Ja, der macht viel. Damit du schneller bist. Ja, Bro. Das ist dumm. Was ist dumm jetzt schon wieder? Du bist dumm, was du machst. Du bist dumm. Leute, schön OG-Feelings. So hat man früher sich geheilt. Ich will den Leuten noch nur ein bisschen Nostalgie-Kicks geben, Digga. Ja, ich bin gespannt. Es gibt jetzt ein neues Gegenstand, so diese Sprenkler da, diese Splashish-Sprengler. Sprenkler. Du meinst mit dem Zelt, ne? Ja, ja. Und dass man irgendwie Waffen mitnehmen kann und so, das sah eigentlich auch krass aus, ne? Ja, so wie ich das verstanden hab, Digga. Du kannst dich einfach wieder so heilen, ne? Also, wie du das verstanden hast, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, er erzählt hier irgendwelche Geschichten von Sprenkler, Sprenkler. Was? Ich hab einen Sprenkler geschmissen. Bro, wo hab ich so viel Damage herbekommen? Unbelieble. Du hast Fall-Damage, guck mal, Digga. Oh mein Gott, wie dummer er ist. Wir benutzen, Scrappler und sagen, wie habe ich so viel Damage bekommen? Lass uns heilen gehen, Digga. Unbelieble. Also, so wie ich das verstanden hab. Passt zum Zelt, den kannst du schmeißen, da kannst du dich mit deiner Crew heilen. Und dann kannst du auch deine Waffen da lagen und wieder mitnehmen. aber das text ja wieder nicht ich bin stand über den skrp zum ersten mal auf geht ja beginn danke hast du dich erschrocken sei mal ehrlich so ich bin eh nur von daher okay das stimmt das stimmt wirklich die gerade zum ersten mal hatte heute eine richtig gute aussage von sich mal die kommen hier rechts guck mal die konkurrenten ich habe angst du komm bitte unnötig kann ich künftig abfangen leute erster fight nach einer woche ich bin gespannt erster fein nach drei jahren wo sind die erster richtiger fein ich sehe schon kaum die gegner sind vor mir ich schieße einfach zum mond ja ich denke ja ich sehe noch nicht vor mir sind drei fette büschel ja guck mal was er sich da wieder baut was brauchst du dir denn da pass auf kann hat 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 natürlich treffen die mich kommt zu mir ich gebe uns bei unserem luck werden wir gleich von hinten attackiert kommt herrn die bude brennt sind schon drei eklige gegner wieder vor uns was machen die denn da umschuldung bei unserem luck werden wir gleich von hinten attackiert kommt herrn ihr schimmelberger hörst du das von hinten da sind auch welche digger der ist ein roboter oder so ne ja ich komme ich komme ich weiß ich sag ich hab doch auch geschossen konzentration sagt wenn er über mir ist ist er über mir ich weiß nicht guckt doch durch 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 jetzt soll über die hast du das kein die es darf denn Kleiner Ehremoser, wir müssen jetzt fighten. Was fighten die hier jetzt überhaupt? Ich sehe einfach nichts, wo sind die Affen? Einen nehme ich noch mit, bevor wir... Jaja, ich will die mitnehmen. Warum kommt plötzlich Roboter, hä? Digga, da links war er. Warum kommt plötzlich einfach so ein Roboter? Ich sag euch ehrlich Leute, wenn du so eine Leute in der neuen Season bekommst, dann... Ja, dann...